Die FOGAG ist ein österreichisches Traditionsunternehmen. Wir wurden im Jahre 1916 gegründet und beschäftigen uns heute mit dem Großhandel von Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln sowie der Produktion von Lebensmitteln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben hier am Standort Linz im Zuge des Gesamtprojektes ein vollautomatisiertes Hochregallagersystem der Firma SSI Schäfer mit 11.000 Palettenplätzen realisiert. Die Projektziele waren im Wesentlichen die Ausweitung der Kapazitäten und die Verbesserung der Qualität, die Verbesserung der Prozesse, Optimierungspotenzial für die Zukunft und ein Investment in neue Technologien. Wir können mit derselben Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beinahe die doppelte Kapazität geben im Vergleich zu vorher. Wir waren mit der Umsetzung durch SSI Schäfer sehr zufrieden, insbesondere im Zuge der tatsächlichen Realisierung des Baus sowie der Inbetriebnahme konnten alle Ziele erreicht werden und wir sind sowohl hinsichtlich Budget als auch hinsichtlich Terminplan innerhalb des Rahmens geblieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017